20 für Tops, muss sich wieder auf Tops, Schritt nach links, und da sitzt, der Pass, Tschüssi, ist wieder dabei in diesem Geschäft, Tschüssi macht auch Druck, wieder 140, aber Anderson, 2 Nats, auf Tops, 2 Matchstarts für Gary Anderson, und da sitzt, 2. Pass, Gary Anderson, geht ins Halbfinale der Weltmeisterschaft, besiegt Dave Tschüssi mit 5 zu 2.